So, zwei weg. Drei weg. Jawoll. Ja, sind aber noch nicht alle. Sind noch nicht alle. Jetzt scheinen sie aber alle weg zu sein. Das heißt, wir kommen jetzt... Ja, genau. Mach du da mal ruhig. Mach du da mal ruhig, mein kleiner, schrubbliger Mini-Panzer. So, mein Freund. Hey, Frendo. Ja, das wäre jetzt bestimmt das Ultra-Geilste, dass ich mir selbst die Panzerfaust in den Allerwerten jage. Ja. Hm. Er scheint nicht gerade, äh... Ja, empfänglich für meine Munition zu sein. Ja, du bist ja wohl auch irre, oder? Ja, siehste, kommt davon. Oh, Munition, 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 Munition. So, und das, und das, und das... Oh, und noch mehr. Ja, 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 leben. Wir leben wieder, wir leben wieder. Wir sind wieder dick im Geschäft hier. Und das kann selbst der Panzer da jetzt nicht verhindern. So, die Frage ist ja nur, wo müssen wir jetzt entlang? Hier kommen wir hinter dem Panzer? Hm, warte mal, wir haben hier doch eben was mit, genau, mit Fernzündung gekriegt. Na, komm hier. Da kommst du was. Du bekommst ein Geschenk von mir. Guck, einer schau. Er hat Bums gemacht und kaputt ist er. So, da können wir uns jetzt endlich mal in Ruhe umschauen. Und gucken, was uns hier weiter erwartet. Ja, gespeichert. Hm, Kisten, 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 Kisten. Oh, jeits! Hehehehehehe. Hehehehehe. Oh Mann, kleine Rater, ich werde dich mir holen. Warte mal, ich habe nur noch eins davon. Na, okay. Ja, 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 ja. Ja, mach du nur, denk du nur. Auf Wiedersehen. Verdammt, er hat überlebt. Ich bin gar nicht da. Ne, 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 ne. Immer noch nicht. Aua. Mist, 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 Mist. Das wird ja mal ganz unknorke hier mit dem Jungen. Ah, verdammt, so. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Aber er sitzt immer noch. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hahaha. Interessant, dass das Ding dabei jetzt nicht mit hochgegangen ist. Aber geil. Hahaha. Wir können jetzt natürlich zurückgehen und uns den Rest von Dingsbums holen. Ich glaube fast, dass wir auch da hin müssen. Ich glaube, wir hätten halt eben hier auch ausweichen können. Das hört sich jedenfalls sehr so aus. Wir hätten wahrscheinlich ja wirklich einfach nur stur durchrennen. Und gut wäre gew- Nein, da, 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 da. Genau, das wollte ich doch auch gerade mit euch machen hier. So, haben wir euch ja erwischt. Ja, da. Ja. Verdammt, so eine dünne Zeltdecke ist ein echt gutes Schutzschild. Da juckt die Nase wieder vor Freude. Let's-Player-Krankheit, so eine Säuerei aber auch. Hui. Da haben wir, glaube ich, wieder alles. Yeah. Und ja, hier scheint es dann doch nicht weiterzugehen hier unten. Also müssen wir doch hier oben irgendwo schauen, dass es weitergeht. Also doch dort. Doch dort. Nämlich durch. Äh, ich hänge. Ah, ich halte. So, dann geht doch. Ah, okay. Ah, da können wir damit zufrieden sein. Und das Bäuchern war, glaube ich, auch mal gleich. Ich habe alles gehört, was ich nicht hören wollte. Nein! Vielen feld! Ja, ist ja in Ordnung. Aber das kann wieder auf. Ah, so, jetzt hat das. Ja, hallo? Ah! Auf Wiedersehen, Worti! Ich hasse Minenfelder. Das hasse ich noch viel mehr. So, dann wollen wir mal schauen, wo es hier vielleicht weitergeht. Und hier sieht es so gut. Oh, hier fällt aber auch alles zusammen. Hm. Aha. Und überall diese Sch... Ring... Was ist... Was ist... Verdammt! Hm. Könnten es endlich meine langersehnten Scharfschützen sein? Ja, 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 ist ja in Ordnung. So, erst mal Worti weg. Ruhe! Mannometer! Ist hier ein Lärm. Da geht's nicht rein. Ja, die lieben Minen, ne? Das könnte doch eines sein. Hören wir auch an, dass ich das Crosshair... Schauen wollte, dass ich das mal tausche. Habe ich nicht daran gedacht. So, hier kommen wir durch. Hier kommen wir mal durch. Das Problem wird jetzt da durchzukommen. So, auf gar keinen Fall. So, dann müssen wir halt auf die Granaten-Methode gehen. Und ich glaube, das machen wir auch mal da oben, ne? Hehehehe. Aber das ist natürlich hier eine richtig fiese Taktik, wie die gerne auch eingesetzt wird. Ein Scharfschütze schießt einen an, lässt ihn liegen, Er schreibt natürlich um Hilfe und der Nächste, der hinkommt, kriegt die Kugel in den Kopf und ist weg. Das ist eine sehr fiese, aber wirklich praktizierte Methode. Uh, lalala. Wie gerne ich da hochkommen würde. Aber wie, wie? Wahrscheinlich da... Hehehehe. Durchs Minenfeld einmal durchwatscheln. Das Problem ist, ich erkenne hier auch echt nicht, wo hier eine Mine sein könnte. Ah, da ist eine! Ich habe natürlich die Möglichkeit, mal den hier zu machen. Sollte die Minen alle ausgelöscht haben? Da schießt noch jemand. Okay, das hier ist anscheinend... Ah, da, 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 da. Viel Vergnügen! So, geilo. Also, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, anscheinend hier durchzugehen. Ich möchte es mir trotzdem mal angucken. Ah, da scheine mal hochzukommen. Wenn ich es darauf anlege, zumindest. Irgendwer schießt immer noch... So, Strom ist aus. Und jetzt können wir da hoch. Sehr geil! Muss mal jetzt ja hier vorsichtig sein. Da geht's nicht rein. Oh, hier qualmt's gut. Hier haben wir einen Eingang. Hey, wir kommen rein! Boah! Sind Sie nicht auf dem Weg zum Lambda-Komplex? Ich konnte die ursprünglich selbst sein. Ich verhandelt und habe... Achten Sie mal einen Blüten. Ja, 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 sei ruhig. Ich werde hier ganz einfach warten, bis die Katastrophe vorüber ist. Und, Mr. Freeman, tun Sie mal angefallen. Seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Ja, seien Sie mal vorsichtig, Mr. Freeman. Autsch! War ein bisschen mehr Rums, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich hier... Oh, wow, 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 wow. Kriegen wir die da hinten weg? Nein! Ich... Das ist mal ein richtiger Rums hier. Ich bin nicht da. Ne, ich glaube fast, das sollte ich lassen. Oh Mann, das wird so uncremig. Das wird so uncremig. Noch ein kleines Stück noch. Ja, komm, ein kleines, kleines Stück noch. So sieht's gut aus. Jetzt komme ich hier natürlich nicht hoch, brauche. Also das Ding... Ei, 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 ei. Oh, Kisten! Kisten, 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 kisten. Oh. What? Scheiße! Das war... Das war an die Kiste dran gebaut. Nein! Nein! Ach Mann, oh, ich krieg so viel. Das wird hier ne... Ich glaube, ich hab's schon mal erwähnt. Ich hasse Jump'n'Run-Einlagen. Shoot an! Wirklich hart. Nein, 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 nein. Etwas geschickter. So, das heißt, die Kisten hier bleiben auch alle schön am Leben. Ich tue keiner Herzenskiste etwas an. Ach du gröne Neune. Ah, 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 ah. Kein Wunder, dass hier alles hochgeht. Ich erinnere mich dünkel, 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 dünkel. Kann ich dich nicht eigentlich einfach abbauen? Schade. Wäre natürlich auch schön gewesen. So, gucken wir uns hier mal um. Gut, hier ist nothing. Nothing, nothing, nothing. Da müssten wir rüberjumpen. Da wird auch überall gejumped. Ich will hier nicht jumpen. Ah! Uncremig hier wegen einem Headcrap drauf zu gehen. Das wäre richtig uncremig. Also, Rauchen ist ungesund, mein Kumpel, ne? Oh, meine große Güte. He, 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 he. He, 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 he. Ich habe hier keine Ahnung, wie ich das hier am besten verkehrt machen soll. Hoppala, ne, da komme ich so dichter... drauf. Drauf. Ah, da komme ich nicht durch. Yeah! Bis zum nächsten Mal.